Das ist ja nicht mehr lange und geht's los. Der Wolf-Bekater spielte das auch 1919 auswärts in Bregenz. Und dann eine Woche später, Freitag, den 20. Juli, gibt's das Auswärtsspiel. Genau, wie sagt die Uhr? Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. 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 Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Vielen Dank.